Das hat irgendwas drinnen im Beitel, der hängt so weit runter. Ja, schau, das war 2014. Der Fiede schaut was raus. Der Beitel hängt auch so weit runter. Das ist halt sicher was drinnen. Meine Hände müssen wir nachher waschen. Hat der Hund auch einen Mundgeruch gehabt oder das Viech da? Der hat ja gar nix drinnen. Ach so, der kann da schon raus. Ich schau, der hat da drastowiesen. Der kann schon raus. Das ist ein Schnupfen. Du hübscher. Der hat einen Schnupfen. Lieber du. Bist du allein? Du bist der Herr wahrscheinlich. Das sind deine Damen mit Kind. Jetzt hat er einen Durst. Ein Monat ist das halt. Mieti! Das ist kein Mieti, das ist ein Esel. Ja, Esel. Ich hätte raus geschaut. Das ist trocken. Das ist trocken. Das ist trocken. Flocken. Das ist trocken. Das ist trocken. Das ist trocken.